Großen Montag, hier laufen überall nur betruggene Menschen rum und dem werde ich mich gleich anpassen. Also, wir gehen gleich in die Altstadt und was hast du vor heute, Dennis? Was machst du heute? Ich werde heute nur ein stilles Wasser trinken und feiern. Welches Kostüm hast du dir an? Ich bin der von Twilight, dieser J-Con. Ganz im Blau? Ja, ganz im Blau. Alles klar, danke schön. So, du hast einen schönen Gurt und was ist alles da drin? Ja, das ist die Bärensen hier, der gute Alte. Den trink ich heute noch leer. Die Milka Q trinken wir jetzt. Ja, weil die Milka Q, das ist gut für die Weibers. Die wollen immer Schokolade haben, dann kriegen wir einen weißen Schokolade. Ja, sehr schön. Die Milka Q. Die Milka Q. Die Milka Q. Die Milka Q. Nach Südzidenz, Ürige, 3001, Etik, das war ein ereignisreiches Karneval und ich muss sagen, ich bin nicht mehr ganz nüchtern, aber ich kann mich noch auf den Beinen halten, noch und ich würde sagen, hello!